Wir haben kein Battlefield gezockt, jetzt spielen wir Fortnite! Heute wird dabei, alle! Nick! Junge! Killernitze! Der ist gerade auf K. Und Commander! Moin! Äh ja, beste Ansage, ich glaub's noch sowieso nicht, also... Ich spiele COC, und ich sitz vor der PC, und ich mag COC! Ich komme alle! Ich komme alle! Ich komme alle! Ich komme alle! Ich komme, ich komme, ich spiele da, 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 da! Ja, der kommt grad! Der muss, bei wem lädt's noch? Wer das erste Star sein wird? Killernitze oder Commander, wer wird das erste Star sein? Spamwater Commander! Ja! Drei! Ja! Drei jetzt! Drei jetzt! Witz! Auch ne, oder? Nein, jetzt geht doch schon wieder los! Ich hab für diesen Bock... Junge! Was ist das für einen Bock? Ja Junge! Jetzt gehts, jetzt gehts! Ja okay, alle drin! Bereits? Alle sind bereit! Ja Junge! Er ist auf der Trunkbank für... Warum darf ich meine Tastensperne, damit ich was machen kann? Mann! Drückt bereit alle! Ich kann nicht! Drückt endlich! Aha! Jetzt drückt, erst startet die schon! Ja! Ja, jetzt gehts! Ja! Nein! Verbindungsaufbau! Das ist nicht euer Ernst! Okay, jetzt! Jetzt ist gut! Und jetzt geht mal mein Fortnite! Dann seid ihr schon wieder doch nicht bereit! Lade, das ist in Null! Du gut! Ich bin der Kreator! Hahaha! Ich bin der Kreator! Und jetzt will... ...waut��... Ja, die Zuschauer müssen wir mal sehen... Die gehen dahin! Auldasz! Die gehen dahin! die anderen machen die anderen aus dem fenster springen komme ich mit ich bin ja 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 um eine stunde ich bin heute um ein uhr aufgewacht und bin dann um zwei uhr eingeschlafen raus ich spiele ww und ich setz vor den pc ich spiele coc und ich habe eine pc was das geht noch keiner hin dahinten ach ja mann ein ja einer einer ist nicht so schlimm alle warum gehst du in den wald ja stimmt ist die zweite pc oder wenn wir in den wald wenn weit geht keiner hin ja da geht keiner hin ja aber trotzdem da kann jetzt einfach einer mit der sniper kommen und uns abschießen ohne dass wir es irgendwie werfen ein eiswagen ich habe einen revolver oi du hecke entschuldigung ich habe keine oi da wer oi da wer oi da beim eiswagen digga der hat sich wohl gedacht eis digga oi da oi da ich bin so ich bin immer von Ich habe eine Sprungfläche bekommen. Ich habe eine Sprungfläche bekommen. Ist eine Sprungfläche gut? Ja. Nee. Wo ist der Eiswagen, Nick? Ja, wo ist der Eiswagen? Wartier mal. Ja, schon. Kommt da her, ich will den Eiswagen stürmen. Schau hinter dir. Also, du brauchst jetzt eine, oder was? Wer will mit mir den Eiswagen stürmen? Was ist gleich noch mal die Boni für so ein Maschinengewehr? Jungen, Nick, beim Eiswagen ist kein einziger. Wer kommt zu mir? Wer kommt zu mir? Ja, wer kommt zu mir? Nee, ich will dir ja die Patronen geben. Ja, ich will den Eiswagen stürmen. Entschuldigung. Ich bin fast bei euch. Okay, warte. Hat jemand was für mich? Nee. Warte. Ja. Ja. Warte, gerade klauen. Ja, mal weiter. Nee, ich habe nur einen Revolver. Ich habe nur einen Revolver. Ich habe eine Sprungfläche. Das ist eine Sprungfläche. Ja, ähm, du hast doch diesen Beckensipper, oder? Nic. Dann musst du den da platzieren und Aader platziert seine Sprungfläche genau drunter. Wenn die dann reingehen bei der Tür, dann springen sie genau in den Zipper. Wo soll ich meine Sprungfläche hin platzieren? Nee, erst mal nicht. Erst am Ende, wenn wir uns einbauen müssen. Ja, kommt mal mit, Leute. Kommander? Ich will sie wohin machen. Geht aber noch nicht. Es lohnt sich nicht. Kommander? Junge, kommt mal. Wir müssen das Auge vielleicht so ein bisschen... Ja, weiß ich. Darum gehe ich ja schon. Ich bin ja gerade beloofen. Kommander? Junge! Nic! Da ist ein Wunsch aber looted. Meins, 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 meins. Geh weg! Tschüss! Ich komm mal! Ich komm mal! Nein! Wo? Lauf! Lauf! Einfach laufen, Kommander! Ich halte gleich! Nein! Nein! Hey Junge! Von zwei Seiten! Hilfe! Hilfe! Ich wurde von drei Seiten attackiert! Ja! Ja! Es lohnt sich nicht alle! Es lohnt sich nie! Komm alle zu retten! Nein! Diesmal gehen wir zu Solty Springs! Jetzt gehen wir zu Solty Springs! Wir sind zu viert! Wir können zu Solty Springs! Ja! Das ist so ein Bug! Das ist so ein Bug! Ich spiele jetzt! Ich spiele jetzt mit 16! Ähm! Unterberg holt halt jetzt das Glätzchen! Nein! Wir fehlen immer noch 200 Tokens! Naja! Und ich krieg keine mehr! Schade! Weil ich muss noch eine Mission spielen! Aber die ist so schwer! Wie war es jetzt? 1.000! Mir fehlen noch 200! Na ja! Aber du hast dann halt immer diesen Skin! Für immer! Für immer! Und die weh! Meine Schuhe! Schrotflinte! Adi ich hab deine Lieblings-Rotflinte! Komm! Gib sie! Gib sie! Gib sie! Gib sie! Winst du bies mit meiner Pantum? Meine, 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 meine! Ich spiele WV und ich schütte mal den PC! Wir gehen wieder dahinten hin! Wir gehen dahin! Nähe! Wieder dahinten! Nein! Wir fliegen! Ähm! Nicht da! Nicht da hin! Da hin! Da hin! Da hin! Du solltest du springen! Du solltest du springen! Ja! Ja! Ich und der Endscher gehen wir da hinten hin! Äh! Der Endscher gehen wir da hinten hin! Okay! Okay! Der Endscher springen wir raus! Ja! Kommanda! Wie geht's jetzt da mit dir? Jetzt raus! Wir spielen COC! Wir spielen COC! Wir spielen COC! Wir spielen B.O.W. Wir spielen COC! 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 Junge! Ich bin ja komplett falsch! Junge! Ja, lacher bin ich! Aber ich hab keine Bock auf die Häuser! Wir spielen COC! Ähm! Nee! Kommanda! Wir gehen zu Redelroo! Bei Redelroo sind zwei! Shit! Ich brauch Hilfe! Ich hab meine Schrotflinte! Ich hab wieder deine Lieblingsschrotflinte! Und ich hab ein blaues Stummgewehr! Und ich hab ne Pumpkun! Ne Pumpkun! Revolver! Komm! Komm komm, Kommanda! Ich kann mich recken! Ich sehne es gar! Ich sehne es gar! Ich sehne es gar! Ich sehne es gar! Ne! Das ist diese lila eine Schrotflinte von Ali! Die hab ich eine lila gefunden! Ah! Brauchst du eine Grüne Schrotflinte? Wer braucht eine Grüne Schrotflinte? Wer raucht denn die grüne? Hier bitte. Ich hab die Tür aufgehen gehört. Tschüss. Na 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 na. Was ist das da? Was ist der Angel-Tunz? Junge, ich hab denen doch einen Headshot gegeben. Boah ey. Ich und Danger sind halt so gechillt gerade draußen. Ja, ich hab denen einen Headshot gegeben und das Spiel sagt, ich hab ihm 19 AP gemacht. Junge. Ich hab's gesehen. Ja, aber er hat auch noch deine Waffe in lila. Ja, aber er hat auch noch deine Waffe in lila. Ja. Ja, er hat einen Rocket Launcher. Ja, er hat nur einen Rocket Launcher. Kill ihn! Alle, kill ihn! Kill ihn! Kill ihn! Kill ihn! Kill ihn! Geh ihn! Geh ihn! Geh ihn! Wie lange braucht ihr noch? Ja, gehen wir in das Auge, denkst du, oder? Hinter euch ist jemand mit's gar! Der Auge darf man nicht schlagen! Hinter euch ist niemand mit's gar! Ah, ich hab den gesehen, wo alle zurückgeschaut hat! Da hinten ist irgendwo was Nudeln! Weiß ich! BFF! Oder BFF? Die BWF! Die BWF! Die DDR! Die DDR! Die DDR! Die DDR! Hinter euch! Der versteckt sich hinter Baum! Hinter Baum! Hinter Baum! Hinter Baum! Der versteckt sich an! Nein! Warte! Statt was soll ich die taktische Maschinenpistole nehmen? Revolver statt ein Schurmgewehr oder? Nein, Revolver! Kenn ich! Statt ein... Pumpgun... Mann, ich... Willst du bandagen? Nee, dann komm zurück, ich tipp dir noch mehr. Ja, Junge, ihr seid fast im Auge. Ja und, dann hast du 15. Bei Red Rue sind zwei. Bei Red Rue sind zwei. Komm! Da! Nee, hier sind Versagen. Wie lange braucht ihr noch? Nee, aber dann hast du noch ein Fliege. Wir sind aber schon zu 50, Kelle in Nisse. Äh, viert. Ja, okay, dann lass ich den Verband auch einfach lesen. Alles, kill ihn! Nee, du hast dich rücken lassen. Nöööööö... Ich zeh dich gleich. Beschoss, Nick! Auf dich wurde geschossen. Oh, scheiße, die Border-P deg- Nee, aber wirklich, auf dich wurde geschossen. Hast du es nicht gehört? Junge, hab dich gut geschossen bei der Brücke! Mit der Börfer wurdest du abgeschossen. Hi, Denker! Oh, da ist ein Kampffrand. Hey! Dann auf einmal 3, 2, 1, 2 und alle One-Hit. Ja, ich verfolgt übrigens jemand. Komm mal mit, bitte. Ja, mach die Wand auf. Mach die geheimen Wand auf. Wenn es schon aufgemacht wurde. Nee, ist nicht offen. Ja, mach auf, mach auf! Junge, mach auf! Nee, ab doch noch mal da. Ja, das geht auch. Hier wurde noch nichts gelootet. Oh, nichts. Mein Will! Jo, also! Ja, Lacher, Piwi! Ja, Junge, so richtig... Richtig assi, Junge. Richtig... Nimm du auch deine beste Waffe. Jetzt kommt zu einem mit Rocket Launch und schießt da rein und ihr seid alle beide One-Hit. Taktisch gut, ich bin gut. Oh, das bist du! Hallo? Ich sollte trennen! Ich sollte trennen! Ja, ich, ich geh. Tschüss! Ja, ja. Ich hab gestern, äh ne, vorgestern, da hab ich zweimal gewonnen. Geil! Geil! Da ist der Axel, die Puppe! Mein bester Platz im Solo war Erster. Ich wurde zweimal erster, einmal zweiter, zweimal oder dreimal zweiter, dritter, einmal oder... Ich hab dich einfach gesehen, und darum bin ich hingeladen. Also, rein! Also, rein! Also, rein! Also, rein! Das ist nur... Oder das ist der Po! Alle! Nehm dir! Nehm dir! Nehm dir! Nehm dir! Nehm dir! Junge! Schau doch mal! Nehm dir! Das ist schwer! Ja! Ja! Beschuss! Ich hab den Schuss gesehen! Beschuss! Ich hab den Schuss gesehen! Beschuss! Nee, wenn nicht, wenn nicht, ist es was passiert! Ich frag mich, was da steckt! So! Wann ich mal sterben? Nein! Kannst du sterben? Hast du Grenade? Ich hab... Ich hab... Ich hab irgend so eine komische Falle! An der Decke! So! Hat jemand Grenade? Ich hab so einen Deckenzapfer! Ich hab einen Deckenzapfer! Ah! Zapfer! Zapfer! Ein Zapfer! Ein Zapfer! Bye! Oiii! Das ist ein Zapfer! Oiii! Das ist ein Zapfer! Oiii! Jetzt schieß nicht! Schieß auf ihr nicht! Schieß auf alle! 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 Ja Junge, beeil euch mal zu sterben! Beeil dich zu mal der Mauer zu halten! Ja, alle! Jetzt kannst du's tun! Ich versuche nur die ganze Zeit alle zu überreden. Da ist ein Medikit, nimm doch doch! Junge, ihr könnt denn... Bei mir ist alle der unsichtbar, wenn ich nicht zuschaue. Alle ist dann unsichtbar, weil ich... Wenn ich nicht zuschaue, dann ist alle unsichtbar. Der Reboi, der fliegt in der Luft, schießt. Ja, Junge, soll ich das Medikit oder den Revolver nehmen? Ah, der ist unsichtbar! Ja, ich schafften die sowieso nicht jetzt sterben. Die sind ja in einem Rocket Launcher. Die Zone kommt. Was ist besser, eine taktische Maschinenpistole oder ein Revolver? Ein Revolver. Ein Schivolver. Eine blaue? Eine blaue? Nee, ja, eine blaue. Rocket Launcher Typ auf 3 Uhr. Da kommt die Border. Ja, ich spiele. Tschüss. Ja, jetzt nochmal. Da vorne sind welche! Da ist jemand da! Ich habe alle zu. Der macht das fast. Das schaffst du, alle! Den schaffst du! Ja, probieren! Das schaffst du, alle! Das schafft ihr! Das schafft ihr! Ihr gewinnt! Ich geht raus! Geht raus! Alle! Resin! Alle geh hin! Hinter uns! Hinter uns! Hinter uns! Hinter uns! Von allen Seiten! Die Border kommt! Da! Skelecki! Skelecki! Der gewinnt! Nein! Der hat den Skeleton geschafft! Skars! Der hat den Skars! Zwei Skars! Zwei! Ach! Nein! 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 Heuer! Hau! Hau! Mhh! Huuu! Aaaaaaaah! Aaaaah! Der lila le Takti... Junge, was tat ich ihr denn alles? Ja, also habt ihr verloren! Ihr habt ein Skeletzkin geschafft! Ihr seid die Babos! Und jetzt verreckt ihr! Jetzt verreckt ihr dich! Aber hier ist irgendwo ein Drop! Ah, die Border kommt! Ich wollte gerade sagen! Da vorne ist der Drop! Die kommt! Die Border kommt! Die Border kommt! Beschuss! Da vorne sind auch welche! Die schaffst du mit Sky! Die schaffst du mit Sky alle! Da sind 3! Das sind 4! Das sind 4! Das sind 4 Leute! Alle alle! Schieß! Schieß! Der Nick rasiert! Alle rasiert! Alle rasiert! Nick auch! Nein, alle! Oh, 36 HP alle! Junge, wir alle, wenn der Schuss von Nick läuft! Ich hab gedacht, Nick war gestorben! 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 Du für ein Teammate! Da kommt die! Oh, da ist die Border! Aber ihr seid in der Zone! Es leben nur noch 9 Leute, Leute! Es leben nur noch 9! Wenn ihr jetzt gewinnt, wenn ihr das gewinnt, dann seid ihr Babos! Oh mein Gott! Wir machen das jetzt! Komm! Wir gehen jetzt! Da ist er gebaut! Hinter dir alle! Da hat er gebaut! Alle! Alle! Hinter dir! Hinter dir alle! Oh, Drop! Auf den Drop! Ihr könnt übrigens auch den Drop kaputt machen! Nur so! Das ist eben gut! Nee, aber machen wir nicht! Sonst kann ich alles aufkommen! Wir sind auf den Drop! Mit dem Kasschen, ey! Das ist aus! Junge! Renn, renn einfach! Ah, du ist das! Bin tot! Du verlierst jetzt! Jetzt verlierst du mich! Bencho komm zu mir! Bencho komm zu mir! Schieß! Janik! Bencho! 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 Aber Junge, gut, Goodie! Ich wollte mich gerade noch verbinden. Ja, ich hab' mich auch gerade verbunden. Aber was ist? Da schießt mich einer mit, da schießt's nicht ab. Ja, die Leute, aber ich vermisse... Ich und Danger gehen wieder woanders. Komm schon, Danger. Ja, Junge, ich und Danger... Ja, Junge, ich und Danger sind voll gut. Nee, ich geh jetzt mit euch mit, sonst berecht' ich wieder. Doch. Nee, ich und Danger. Nee, wir müssen eigentlich zu viert. Es ergibt keinen Sinn, wenn immer nur zwei gehen. Das ist kein Teamplay. Wir sollten eigentlich zu viert gehen. Wir gehen zu zweit. Wir gehen zu zweit. Und wir gehen zu zweit. Und wir gehen zu zweit. Wir sind in der Mitte. Ah, jetzt sterben wieder welche. Ja. Ah, ja. Ja, mit dem Rockheadlauncher, mit dem Granatwerfer. Mit Granatwerfer ist das nicht schwer. Ich hab einen gemacht, Nick. Ich hab einen. Sollen wir jetzt springen? Tschüss. Pfeifchen zurück. Ja. Pfeifchen zurück. Wie das ausschaut, wie du das machst. Ja, ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab einen. Ja, Junge, die Zone kommt schon in sechs und so. 10 Sekunden und wir sind noch nicht mal unten. Ich gehe zu diesem großen Haus. Da wo Holz gebaut ist. Wo es so ausschaut, als hätte jemand gebaut. Oh, Pistol. Ich bin da, wo es so ausschaut, als hätte jemand gebaut. Was ist das? Ich habe eine lila und eine Sniper. Gib sie mir, gib sie mir. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Aber ihr müsst doch kommen zu mir, weil... Was ist besser, ein Revolver oder eine grüne Pistole? Was ist besser, ein Revolver oder eine grüne Pistole? Ja, ich brauche eine Salve, Nick. Was ist besser, ein normaler Revolver oder eine grüne Pistole? Ich komme. Ich kriege ich die Salve, kriege ich eine Salve, Nick. Kriege ich eine Salve. Entschuldigung, weil ich... Ja, grüne Pistole. Ohne Pistole. Hä? Wurz, mein Revolver! Das ist meiner! Gib mir! Ja, hier! Bitte! 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 Ja! Nick, da hinten gibt es noch eine Chest, wo ich war. Da ist noch eine Chest. Warte, ich tue mal ein Inventar sortieren. Nick, ich komme auch mit. Was? Oh! So, das ist Arme! Ich dachte schon! Mann! Ich habe nur kurz, ich habe gerade den Namen nicht gesehen. Deswegen dachte es mir so wie du sieg ausfällt mir hier! Ich zerstöre das Haus! Nick, wo gehst du hin? Mann, komm jetzt wieder auf, du komm mal! Ja, okay. Ja, okay. Ich bin mich viel sicher mit Nick. Ich bin mich viel sicher mit Nick. Aber der beste Fortnite-Spieler, der beste... Ja, okay, dann sind jetzt mal Unterberg und Danger and Team und ich und Commander. Okay. Ja! Aber, ähm, aber Nick, ähm... Der beste YouTuber ist immer noch Conchito. Ja? Ah, ich nehme schon mit. Hä? Ja, Leon! Ja, ja. Nee, warte kurz auf uns. Warte, warte kurz auf mich. Warte, warte kurz auf mich. Es kommt was. Ja. Warte. Ja, ich setze mich hin. Nee, komm zu mir. Ich setze mich auf den Baum. Ja. Warte. Warte. Nick, warum gehen wir zu denen? Im Wald gibt's noch eine Chess-Sicher, da in der Mitte. Ja, zum geheimen Ort. Ja, okay. Zum geheimen Ort. Droppen, schmatig. Da hinten. Nick da. Da hinten. Sollen wir da hin? Ja. Einfach hin, oder? Ihr seid ein früherer Team. Ja, ihr seid da ganz weit hin. Ich könnte zu den Headshot geben, Nick. Warum hast du so wenig KP? Hallo. 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 Oh, ich weiß... Ich hab' alle nicht martig... Ja, ich wurde angeschossen. Ja, ich wurde angeschossen. Hast du so wenig KP? Ja, ich wurde angeschossen. Von einem her gewissen Kommando wurde ich angeschossen. Ey, ich habe mich nicht mal einen Schiss abgefeuert. Nee, ich weiß selber nicht warum ich mich mit 65 KP hab. Junge, jetzt sind einfach alle Buben außer Kommando. Ja. Was? ich hab nämlich noch nichts gescheites wenn alles gar ist darf ich hier darf ich die haben du sollst mal weiter nicht wo bei wie viel ja nämlich nämlich noch genug platz ich habe noch genug platz ich habe zwei schulfünfe ich habe sogar drei ja wollen wir weiter ja ich warte mal kurz auf mich ja ich komme ich komme ja nick wo bist du bei wie viel wie viel doch ich kann einfach hin ich auch wir werden so hart verrecken ja ich sehe es ich sehe da aber kann ich kommt weg weiter ja Wollen wir jetzt schon diesen Drop? Meine epische taktische Pistole, Jacke. Und was ist denn das, was ist, warte, ich habe eine Falle gekriegt. Was ist bitte ein Vardinamum. Ein Vardinamum? Ja. Ein Vardinamum? Oh, Nick, es wurde schon aufgemacht. Nick, auf. Da wurde schon aufgemacht, Mist, gewolltet. Hallo, was scheinlich, was ist denn das? Wollen wir uns hier campen? Warte, ich komm. Komm her. Der ist wer, der ist wer. Wo? Nein, nicht! Irgendwer hat gerade auf mich geschossen. In die Tür! Nein! Ich bin hier. Alle, du musst in die Ecke. Ich bin hier und Commander geht dahin. Ja, okay, ich geh hier. Komm, Commander, du musst zu Nick da in die Ecke. Ja, Junge, wie wir hier campen, wie so eine Spezialeinheit. Junge, es ist halt echt. Es ist halt echt. Commander ist das einzige Mädchen und hat keine Schrotflinke. zweit ist ein bisschen freundlich halbiert. Ich bin hier. Und jetzt ist das einfach egal. Du. Oh. Ja, ein Schrotflin war gut. Du Bauer. So. Tschüss, Kommander. Junge! So. Wieso hab ich gemacht? Ja genau, das ist doch kein Atomschutzbunker. Der stürzt bei der kleinsten Bombe eigentlich. Junge, guck mal wie klein schon der Kreis ist und es leben immer noch 28. So. Tschüss. Ich hab uns eingesperrt. Komm weg, Kommander! Enig, was machen wir jetzt? Bitte. It's status, you make it! So, Tür. Scheiße. Ich glaub ich hab nicht genug Materialien. Oder? Schon, ja. Es genügt. Wir haben ne Mauer. Tür. Weil daneben auch ne Tür ist, ja? Deine Maschine! Da. Oh! Tür offen. Ja, wir sind. Die Tür sind schon offen. Ja nicht? Tschüss alle! Ich komm mit! Wir sollten rennen! Dann! Der Junge ist eben nur noch 26 Leute. Das wär so dumm! Dann! Beschuss! Da sieht man! Da vorn! Da! Er hat! Er wurde gerade gekillt! Er wurde gerade gekillt! Ja, ich seh es! Ja, ich seh ein… Ja, ich seh ein… Ja, ein Fleischenschraub. Ich seh bei… Ich seh bei N! Ich seh jetzt bei L 1… Noch nech, dann. Der Junge war… Beschuss! Beschuss! Ja, ich geh… Mann, ich will doch raufgehen! Da ist einer! Ah! Schert, ich werde geschaffen! Warum ich? Warum ich? Junge, wie viele alle die kriegen? Komm alle, die kriegst du! Ich krieg ihn! Hab ihn! Meine Skars! Junge, alle! Sei doch der Skars! 158 Schuss für die Skars! 158 Schuss für die Skars! Junge! Wie wir die Arme gekillt haben! Nein, jetzt nicht Sniper! Weiterlaufen! Das heißt eine Deckung! Deckung geht irgendwo! Ja! 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 Willst du das weiterlaufen? Weil ich erschüsse! Zu dem Haus, alle! Komm zu dem Haus, zu dem Hotel! Ja, ich schicke mich echt ultra laut! Beschuss von da hinten! Holt mich hoch! Jemand! Hol mich hoch! Ah! Hol mich hoch! Holt mich jemand hoch! Holt mich jemand hoch! Holt mich jemand hoch! Ich hab ne Skars! Ich hab Kanaten! Ja warte! Ich werd grad hochgeholt! Ich hab nichts zu bauen! Beschuss! Von da hinten! Nein! Ich bin auch schlecht! Einer! Einer nur! Hinter den Baum dann nicht! Ah! Ich bin da tot! Lol! Hol mich hoch! Beschuss! Alle holen mich hoch! Hol mich hoch alle! Was? Du holst grad... Nur mehr! Nicht hol... Oh! Kommande! Nicht hochholen! Nicht hochholen! Nicht Kommande! Nicht hochholen! Beschuss! Hey! Tschüssi! Du! Wir hatten das hier schon! Oh! Wir haben einfach mehr Glück! Dahinter gehen wir jetzt mal wieder! Nein! Wir dürfen nicht alleine gehen! Das ist dumm! Nein! Ja stimmt! Bei mir auch! Ich kann die Welt anpinkeln! Ja! Ich kann die Welt wärmen! Ja! Oh! Ich kann die Welt gewalzigen. Ich bin auch ein Mann. Alle? Was bist du? Was? Was bist du? Frau, dein Mann. Ein geiler Japanischer. Ich bin ein Italiener. Ich bin ein Italiener. Ich bin ein Italiener. Wenn das geil ist. Okay, tschüss. Ich gehe dahin. Ich würde nicht gehen dort hin. Wo gehen wir hin, Nick? Nick, komm, wir gehen dahin. Nick, komm, wir gehen dahin. Okay, raus. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Nick, wo gehst du hin? Ich auch. Aber wir könnten halt jetzt auch zu Ludleck, ne? Weil da ist auch keiner. Ja, komm. Ja, Junge, jetzt sagst du mir das jetzt erst. Da gehen drei Leute hin, Nick. Da gehen drei Leute hin, Nick. Aber ja, da gehen schon ein paar hin. Ja, Nick, komm. Nick, ich komm zu dir. Ja. Ihr werdet wahrscheinlich in der Borde sein. Nick, da ist jemand. Nick, der kommt, der ist jemand. Ja, der kommt zu dir. Ich komme auch zu dir rein. Ich habe eine Falle. Ich habe Spikes platziert, Nick. Ich habe Spikes platziert. Oh, komm her, ist einer. Ich gebe ihn. Komm her, Nick. Nick, wo gehen wir hin? Ich gebe ihn. Er ist tot. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ja. Junge, ich bin Spikes. Ja, hier oben. Ganz oben. Moin. Wir haben aber nichts. Ich hole den. Ich habe ihn. Nein. Der muss mich hochholen. Nein, warum nicht? Hui. Können Sie mich mal töten? Habt ihr Granaten? Habt ihr Granaten? Ja. Ja. Dann töte ich. Ja, tötet euch bitte. Bitte. Einmal. Einmal nur. Einmal nur. Nein. Bitte. 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 Bitte alle. Komm schon. Du kriegst auch 5.000 Euro in meine Stadtwelt. In Minecraft. Diamanten. Was ist gleich noch mal besser? Grün oder Blau? Junge, tötet euch doch mal. Grün oder Blau? Was ist besser? Tötet euch. Kommando, tötet euch alle. Tötet euch alle. Kommando. Mach es. Mach es. Mach es. Ja. Mach es jetzt. Mach es, Kommando. Tu es. Er macht es nicht. Ich sag es dir. Mach es jetzt. Mach es. Kuckuckaga. Mach es. Ja. Noch einmal. Noch einmal. Ah. Kämpft, meine Jünger. Kämpft. Jetzt bin ich Wolken. Nein, das war kein Prank. Alle, das... Ja. Als ob du das überlebt hast. Hier ist Patrick. Junge, wir die Granaten. Den schaffst du. Nein, komm. Ja. Ja, alle, du machst das. Ja. Ja. Und jetzt tötet dich selber. Und jetzt tötet dich selber. Tötet dich. Ich habe ja keine Granaten. Tötet dich oder ich kick dich. Junge. Tötet dich oder ich kick dich. Tötet oder kicken. Tötet oder kicken. Du hast die Wahl. Tötet oder kicken. Junge, mach jetzt. Kill dich oder ich kick dich. Kill oder kick. Kill oder kick. Ja, endlich. Jetzt tötet dich. Lass dich tötet. Bleib einfach stehen. Nein. Bleib stehen. Nein. Junge, ich kick dich jetzt. Es reicht. Nein, ich will doch mehr überleben. Nein, du willst sterben. Und jetzt geht verrecken. Und jetzt geht verrecken. Tötet. Tötet. Junge, ich kick euch. Ich kick dich. Ja. Junge, die können nicht mehr treffen. Ja, wahrscheinlich. Ich kick dich. Junge, ich kick dich oder ich kick dich. Ja, ich kick dich jetzt. Alles der Pro. Ich kick dich. Unterberg. Ja. Eins, zwei, drei. Alle, alle, ich bin. Junge, kick dich jetzt. So, kick, kick in drei, zwei, eins. Kick. Ja, wird getötet. Ja, endlich. Ja, endlich. Endlich. So, und jetzt kicke ich alle. Aha. Ich bin der Manuel. Ich gehe auf die Straße und kaufe mir Mehl. Ich bin der Manuel. Ich bin der Manuel. Ich gehe auf die Straße und ich kaufe mir Mehl. Ich bin der A-L-E. Und ich zocke der A-L-E. Ich bin der A-L-E. Ich bin der A-L-E. Wir tanzen ab. So, Musik. Wir uns geht jetzt. Ich bin der A-L-E. Gehen wir zum geheimen Ort? Ich bin der A-L-E. Nein, Leute. Jetzt gehen wir mal zur Sol de Springs. Jetzt gehen wir mal zur Sol de Springs. Okay. Ich bin der A-L-E. Ja, ich bin der A-L-E. das ist die niki witzig komm wir gehen zu sautie mit alle jungen schiff mich hier nicht an, ich werde dir von allen Seiten abgekladet zu sautie sprints, alle zu sautie sprints alle zu sautie sprints alle, doch ja ok, dann bist du der erste Lipprecht das ist die niki ich bin behindert, ja ich bin behindert ja, ich bin behindert, ja ich geh zu mir, ich mag was haha 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 so lecker tschüss hui ich geh zu sautie hui behindert, tschau wie alle auf der map wie das auf der mini map ausschaut wie alle da hinspringen wop wop, angreif ich bin der Ali Show ich geh auf diesen großen Berg da ne, ich bin schon oben ha 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 ich hab Spikes da platziere die irgendwo, wenn du weißt, dass jemand in dein Haus kommt uah, uah, uah ich hab jetzt ne blaues Sturmgewehr und alles Lieblingschrotflinte hab ich auch noch ja, Junge, ich komm jetzt bis heute deswegen rasiere ich komm jetzt schau du schau mal ich hab schon Rüstung auch Junge, ich hab's bei nichts gehört alle woher platzierst du dir? das weiß ich nicht Junge, alle platzieren Ich habe nichts mehr. Hi alle. Ich habe was für dich, alle. Ja, was? Hier in der MP. Ich habe ein blaues Stürmgewehr. Wer will es rufen? Wer will es rufen? Beschuss. Meine Spikes haben funktioniert. Einer ist im Haus reingegangen. Also, deine Spikes haben. Wir haben die Idee da gestreckt. Meine Spikes. Jaha. Jetzt, die Tür war zu. Die Tür war zu. Ja, hast du zu rein? Mach mir einfach one hit. Kommen, Nick. Da ist noch einer. Ich komme mal. Ja, mach ich ja grad. 50, 40. Ja, Nick, du musst wieder aus dem Haus hören. Bei wie viel? Junge, ich bin einfach grad so okay. Ja, ich hör's. Nein, ich bin tot. Ich geh zu alle. Ich geh zu alle. Ich geh zu alle. Scheißegal. Nein. Ist da noch wer? Wie noch? Nick, von der Seite. Nein, bitte los, Leute. Gut, bitte los. Der Klau. Klau. Nein, Nick, ist gut. Genau so. Wo? Von wo? Auf die Klau. Hilfe! Geh ins Haus. Geh ins Haus, geh ins Haus. Neee. Geh ins Haus, mach in der Seite. Wo? Geh ins Haus, mach in der Seite. Jajaja. Der looted. Er geht ins Haus. Der geht ins Haus. Kommander einfach um neun überliebt. Boah, Junge, meine Spikes waren so OP. Meine Spikes. Aber und, der Berg? Ja, du fragst dich so. Warum laufst du jetzt schon die Spikes? Das tue ich immer, wenn ich Spikes halb. Einfach immer vor der Tür platzieren. Haben! Ich habe aber keine Grammaten. Ja, ich warte, bis ich überhaupt einen Schuss finde. Ja, hab ich noch, ja! So. Das war Arzt, ich. Ja, Junge. Die Spikes waren halt echt so viel, ne? Ja, Lacher, Bibi, ich schwör dir, ich bin Deutsch. Ich bin nur ein Deutscher und ich zeig den Mittelfinger. Oh, Lacher, Pada! Aber das war wirklich eine gute Kastik. Das müsste zugehen. Eine Schure-Kastik, sorry. Eine Schure. Und unser Berg besonderst du. Weil du hast gesagt, warum ich die dahin platziere. Ja, ich weiß ja, warum. Aber warum jetzt? Habe ich mich gefragt. Ja, Junge. Er war einfach so rein. Geluten. Zwei. Er hatte schon in eurem festen Regenschirm. Ja, der hat's mit dem Regenschirm. Ich habe auch einen festen. Ich nicht. Warum nicht? Ich mache ich alle Brat mit dem Fingern. Ich bin mal hoch, die Brüche, die Brüche, die Brüche. Okay. Beut, die Brüche, die Brüche. Wieder zu Soul, die Springs. Nein. Nein. Gehen wir zu Retro. Nein. Oh. So, die. Okay, dann gehe ich auch da hin. Oder zum Gefängnis. Ja. 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 Der Nick, wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Zum Gefängnis gehen wir. Nein, nein. Da. Aber wir fliegen genau drüber. Okay, tschau. Hui. Boah, gehen da viele hin. Es wäre so egal. Hey, Junge. Ja. Fortsetzung folgt. Ja. Ja, ich bin auch in einem Abschlusshaus. Nein. Kirste, Kirste. Ich habe eine Kirste. Blaue Sniper. Und noch eine Chest. Ja. Blaue Salbe. Blaue Salbe. Blaue Salbe. Und zwei Schildtränke. Blaue Salbe, zwei Schildtränke. Die haben nur blaues Zeug. Die Sniper gebe ich nicht. Die Sniper gebe ich nicht. Guck mal, wie viel Leben ich habe. Warte, warte. Nein, 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 nein. Nein! Nein, nein. Nein! Ja, ich habe eine Sniper für dich, Nick. Ja, ich habe auch eine Sniper von meiner Löse. Ich auch. Ja, Entschuldigung, ich habe da so viele gesehen. Ja, Nick, ich komme. Ich komme zu dir, Nick. Das musst du einfach. Ah! Nein! Standby-Rennen! Ich sehe ihn! Tschüss! Ja, kommt mal zu mir, kommt mal zu mir, bei mir ist einer. Ja, Nick, ich sehe dich schon. Nick, zu dir kommt einer. Den habe ich zu dir gescheucht. Den habe ich zu dir gescheucht, Nick. Das du ich will. Ja, den habe ich zu dir gescheucht. Da ist noch einer, Nick. Noch einer. Ich habe immer noch acht Maße Schild, Digga. Noch einer. Noch einer. Ja, okay. Da ist einer! Wo? Und wie viel? Alle! Nick, äh, Nick, komm mal mit. Herr Brüser! Hä? Da ist keiner. Da ist keiner. Nick, warum ist es immer so ein Kreis? Nick, ich habe Bandagen. Ich habe Bandagen. Das ist die E. Ja, ich habe fünf. Ja, das ist die E. Ähm, Dahlen, wir rennen völlig falsch, Leute. Alle, du rennst falsch. Nee, ihr rennt falsch. Komm mal in die andere Richtung. So lang, wie ich laufe. Bei mir ist er, glaube ich. Komm, bitte. Ja, warte. Hier, bitte. Hinter, ich habe sie gelöst. Wo? Junge, alle im Chaos, alle im Steinhaus, alle im Steinhaus. Ja, aber alle im Steinhaus. Nee. Warte. Ich geh. Ich bin ein Busch. Äh, Leute, wir sollten rennen. Fischos? 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 Meiner. Fischos? 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 Ich habe eine blaue, dasselbe. Da vorne ist ein Drop. Ich bin ihn. Gegner. Bei wie? Ich springe, um sie abzulocken. Ja, ich sehe sie. Die gehen auch zum Drop. Na, so egal. Meine Schotflinte ist bereit. Meine Skye ist bereit. Meine Skye ist bereit. Ja, aber trotzdem. Wo ist der Ballon? Ja. Ich komme alle. Nick, lauf. Ja, stürme Nick. Nicht stürmen. Nicht stürmen, nicht stürmen, 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 stürmen. Da war einer. Da war einer. Da ist auch einer. Shit. Von allen Seiten. Shit, wo ist der Mann? Los, komm nach. Kommando, hol mich hoch. Hinter dir, Kommando. Kann nicht. Hinter uns ist wer. Hol mich hoch. Hol mich hoch. Hol mich hoch. Ich habe jetzt schon hochgeholt. Ich hätte Nick wurden. Ich gehe nicht bei mir. Meins. Nimm die Snapper. Wo ist der? Wo ist der? Junge. Ich habe 30 AP. Hat jemand dann da? Nö. Darf ich es mal sagen, dass er von uns geschossen wird? Jo. Von da. Von vorne. Bei Nick. Bei euch. Bei euch. Nick. Ja. Nick. Kill den. Ja. Hol mich hoch. Oh nein, die Border. Hol mich hoch, Nick. Hol mich schnell hoch. Nick, hol mich schnell hoch. Ohne Looten. Da ist noch jemand an. Lauf einfach. Arne, du schaffst das. Lass uns zurück. Wie viel Loot da liegt. Alter. Ich wünsch dir noch ein geiles Leben. Mit geilen Champagnerfäten. Geiler Raketenwerfer, Lätschi. Ich vermisse dich jetzt schon genau. Dass du eigentlich was anderes willst. Ich wünsch dir noch ein geiles Leben. Mein geiler Lätschi. Wie Raketenwerfer. Bitte für ein Wickel, Dicken, Willen und Zungen präsent. Seh doch ganz genau, dass du eigentlich was anderes willst. Jungs, ich streamen. Jungs, ich streamen gerade. Setz alles. Lala, Lala, Lala. Lala, Lala. Lala, Lala. Lala, Lala. Lala, Lala. Lala, Lala. Gumm, alle rückbereit. Einer. Geilen Champagnerfäten. Und mit geilen Champagnerfäden, sobald es bringst, oder nicht dahin, dahin, das ist immer safe, eines gar. Und ganz genau, dass ihr diesen Song genau hört. Nick, wir gehen zu Asia Aquiles. Nein, da. Nick, wo gehst du hin? Ich auch. Ja. Tschüss. Geile Champagnerfäden. Junge, ich muss einmal um die ganze halbe Map. Ich bin völlig voll. Denn man ist ein Kohthaufen wie Steve. Ein Kohthaufen wie Steve. Ein Kot auf Edden, wie Steve. Ein Kot auf Edden, wie Steve. Da geht schon zwei hin. Ja. Hä, nee. Da geht keine Sau hin. Ja, einen sehe ich. Ich bin schon am Gefängnis. Ja. Ja, nur wenn er einen Regenschirm hat, den rasiere ich. Mit Belou. Shit, der ist jetzt beim Turm, der hat schon eine Waffe. Der zählt schon eine Waffe. Alle? Alle, bei mir bist du durch die Tür gegangen. Da dachte ich gerade... Da oben ist er, da oben ist er. Da ist ich. Oh mein Gott, ja. Alle habt ihn. Alle habt ihn. Der losgehört aber mir. Ich brauche eine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Oh, ich habe den P. Der verbesserte. Wulster. Der ist tot. Du hast ihn gekillt. Der ist... Nee. Habe ich ihn nicht. Er verblutet noch. Ja und? Kommandor. Ist der wirklich schwer? Er muss einfach überall rumlaufen. Ich muss es denken, so... Ich schüren darf ihn scheinen müssen. Ich schaue es eigentlich. Ich gebe dir mal ein Aufmerksam. Ich sehe ihn. Ich habe ihn gekillt. Da ist es blaues. Nee, ist meins. Nee, das habe ich gesehen. Ich habe eine Rotblinte. Junge, ich muss... Ja, guck mal. Der Mann, das ist Rotblinte. Ja. Piep, 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 piep. Piep, piep, piep. Äh, äh, äh. Piep. Ich habe doch nichts hier gemacht. Junge, ich kann eine Falle versuchen. Nein, baut alles ab. Alle, guck ich mir das. No. Ich guck's. Junge. Nein. Nein. Upsi, Entschuldigung. Ich wollte Commander killen. Ich wollte Commander killen. Nein. Nee, nee. Nein, nein. Hey, Junge. Hoch, hoch, hoch. Junge, sea歩 mal leise. Geze. Champagner-Fäden. Hup! Ich komm mal, Nick! Wer braucht Bandagen? Wer Bandagen braucht, sag's mir! Oh! Ja, der kommt zu mir! Komm zu Nick! Ich bin bei Nick! Du! Runter! Nein! Nein! Ja, ich! Drop! Mann! Ich will Bandagen! Ja, okay, hier. Super! Ich sag Bandagen. Ja, wir sollten rennen! Rennen! Nick, ich komm mal! Nick, wo bist du? Bei mir ist noch ne Chest! Ich bin bei die Nick! Mit geilen Champagner-Fäden! Hat ne Ska! Als ob! Wollen wir tauschen alle? Ja! Deine liebe Schrotrindin, episch gegen die Ska! Ja! Ich hab schon... Ne! Ich hab kein Gas Herz! Ah! Ich könnte dich jetzt so leicht töten, ne? Ja, ich auch! Ich hab nicht chillen hier! Ich hab nicht chillen hier! Wir chillen hier unsere Basics! Ich will schneifen! Ich hab nicht mitgekommen! Die nehm ich! Die nehm ich mit! Ah! Junge! Ja, ich brauch auch eine! Ey! Junge! Geht natürlich! Ich seh's! Ich seh's! Schießen? Nein, nicht! Hingehen! 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 Hier ist jetzt schon da! Huiii! Zugriff! Attacke! Hingehen! Ja! Angriff! Ne! Aber ich bin ein Mann! Ich geh rauf! Hände hoch, Hose runter! Hallo! Ich muss mich ja noch verbinden! Nein! Higehen! Weinen zu dir! Bei dir sind wir! Ich komm mal! Ja, bin mir bei dir! Ja, bin mir bei dir! Wir sind hier! Wir kommen! Wir kommen! Geheilt! Wir sind bei dir! Da sind wir! Ach Gott! Wo? Da, da vor ne Wangenkauts! Da, da vor ne Wangenkauts! Da war, die Wangenkauts da vorn! Warte, seid mal leise. Steht. Bleibt mal kurz stehen. Ich bin hinterm Dach, kommt zu mir. Ich bin auf dem Dach oben. Ich auch. Alter, Vater. Da ist die Border. Die Border. Junge, wir sollten laufen, laufen, laufen. 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 Lauf. Laufen, euer Leben. Zu Border. Mit geilen Champagnerbetten wünsche ich mir ein geiles Leben. Nein, hast du nicht. Ella ist viel schöner. Ella hat einen besseren Arsch. Holz. Ich jetzt mein Holz. Der Baum hat 61 Holz gebracht. Kratzjavitsch. Kratzjavitsch. Kratzjavitsch, lauf. Nick, du bist ganz weit hinten. Lauf, Nick. Brauch einer eine grüne Salve? Ja, ich. Geht nicht, wir müssen in die Border. Beschoß, von da, ich seh ihn. Da hinten, da, da zu mir, da ist er. Ich seh ihn, er läuft, er läuft in den Stein. Ich seh ihn. Zwei, zwei, das sind zwei. Hilfe! Er hat mich gewonnen, hier ist es. Oh, tschüss. Unterbatter mit deinem Arsch. Ja, du auch. Hilfe! Nein! Hilfe! Junge, wiederbeleb uns doch! Geht nicht! Nicht! Jetzt sind der Tod. Krap! Tschüss! Was? Nick, was sollen wir machen? Hi! Tschüss! Hi! Tschüss! 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 Nick, wir sind im Kreuzfeuer! Tschüss! Hi! Na! Tschüss! Ich seh ihn! Ich seh ihn! Nein! Nein! Mein Gott ist! Zu mir! Hab einen niedergestreckt! Nein! Nein! Ich greife an! Unterberg! Los! Ja, ich greife an! Nein! Ich renne instant down! Unter der Erde, in der Hölle! Wir würden euch verbreiten lassen! Mit viel Schmerzen! Mit viel Schmerzen! Und Geld verbrannt! Gottes Willen! Gottes Willen! Gottes Willen! Gottes Willen! Nos! Der Mensch ist für dich! Der Mensch ist für dich! Niemand ist für dich! Es ist für dich! Niemand ist für dich! Na! Ah! Das ist sehr가라! So! Is für dich! Ah! Weekend! Ich bin jetzt gerade Level 41 geworden. Ich bin jetzt hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Ach nein. Wie gehts? Ja, wegen allem. Ja, wegen aller. Ich habe nur nochaus. Hier sehen wir den Chest. Also, ob. Ich habe den Chest. Ich hab diesen neuen Regenerationstrank. Den nehme ich erst mal. Ja, selber schuld, wenn du mich auf 43 HP runterhältst. Hör auf, alle! Unterhalts? Dann rein ich dich halt noch mal runter. Nein! Hör auf, alle! Hör auf! Hast du Mandaten? Alle! Alle will mich kühlen! Ich komm, Neck! Ja, ich komm! Ja, auch! Okay, ich nehm die grüne Salbe. Ja, wahrscheinlich nehmt er wieder die grüne Salbe. Ja, mit der kann ich besser spielen als du! Ja, das hab ich schon alles! Ah, ja! Ja, die kann richtig gut Damage machen, wenn die eine gute Farbe hat. Ich hab jetzt 51 HP und 25 Schild. Wir sollten mal in die Border rein, wir schauen mal auf die Border! Schaut mal auf die West, wir sollten mal gehen! Super! Und dann ne Chests das! Dann wissen wir's gleich! Ja! Keine Chests! Ich hab noch ne Einladung von Farbehausen! Was hat jetzt unser Team mit? Der hatte nur Salbe, weiße, nur weiße Sachen! Ja, Nick, wir sollten mal laufen! Ich bin ganz froh! Ey, ich renne dich grad zu dir! Geh dich! Wo alle ist? Das weiß ich nicht! Guck mal auf die Map! Guck mal auf die Map! Super! Ja, und alle ist ziemlich nah dran! Super! Weißt du, ich hab da ne Doppel-Loot-Chests im Tunnel gefunden, Nick! Und hab da mein blaues Sturmgewerk bekommen und kann man haben! Weil ich nur eine Walse selber habe! Mit nem Sturmgewerk alleine kann ich nichts reißen! Junge, alle ist einfach so nah an der Border dran! Wie viel? Ja, süß! Süßlich! Wollen wir da hin? Ich werde von der Border angeholt! Alle sind in der Border! Junge, wir müssen auch rennen! Junge, schau mal wie weit wir rennen müssen! Ja, da wird jemand geküllt, da ist wer! Oder er wird geküllt! Bandagen nehme ich mal mit! Ja, Junge! So, komm weiter! Ja! Komm mit! Ich will auch was! Da ist es ja! Da ist eigentlich... Komm mit! Komm mit! Wir müssen weiter! Was ist besser? Ein normaler Revolver oder ein grünes Maschinenpistole? Grüne Maschinenpistole! Nick, bleib mal stehen! Ich sag dir, wann du weiter ran darfst! Da! Jetzt darfst du... Jetzt bauen wir... Renn weiter! Was machst du denn in den Baustellen? Huch! Dass wir Deckung haben! Da! Da ist was gebaut! Ja! Ein ganzes Team ist ins Dritt! Mit welchem Buch ich... Ja, Junge! Aber ich seh den nicht! Ich weiß aber, ob die sie da sind! Ich weiß aber, ob die sie da sind! Aber ich seh den nicht, wenn ich mit dem Sturmgebein draufziele! Jetzt würde ich sie sehen! Ich sag dir, die sind nur bei SW! Bei SW! Ja, ich seh's! Ich seh's! Ich seh's! Jetzt, dann wollen sie doch! Und ob sie auch... Ah, dann kommt das, weiter! Einfach in die Border! Junge! Das sagt dann auch Affenstrup! Ja! Da ist er! Weiter! Einfach! Laufen wir ihm sowieso nach! Also, so oder so müssen wir weiter! Ja, wir müssen! Du meinst Leben nur noch 4.30 Leute, es könnte irgendwann mal ein Pop kommen. Ich hab mir auch gehört noch nicht schon. Ich hab Schüsse. Ja, der ist jetzt hinten. Ich nicht, das waren alle. Ja, ich sehe es. Soll ich schießen? Da, bei NE. Hinterm Stein. Da ist noch einer. Die Bettung. Soll ich schießen? Okay. Bau irgendwas. Joa! Ne, komm rein! Komm jetzt! Will man mit einer Paladin spielen? Ja, Borda! Laufen! Will man mit einer Paladin spielen? Ne, ich hab keinen. Ich hab jetzt keinen Lust. Ja, Nick, warte kurz auf mich! Weiß ich. Dann renne ich ja mit dir. Ja! Beschuss! Bah! Shit! Hab einen gehütet! Was? 35 HP hat einer verloren. Ach! Die Taktik ist auch gut. Da hinten wird, wird Explosion. Da hinten wird, wird Explosion. Ja, ich sehe es. Ich geh in den Busch. Das nutze ich einfach nicht. Wir sehen, wir haben noch 13 Leute. Wir werden so jetzt geholt. Wenn wir jetzt geholt, werden wir am spätestens unter den 9 geholt. von neuen versa... In die Centen. Huh! Vertrefe aus! Baraa! Wir primary schiffen? Ja… Killen? Hat er gehütet? Ja. Ja, wir haben ihn! Hier habe ich filmen. Jetzt das Space Doom! Baum! Frau in Anh Vietrain. Ich sehe ihn! Andere! Ja, hook. Lawn Bit, das recommendations! So form pienod. Aber des Lasas ich sehen! Lass hingehen! Lass hingehen! Der baut! Da ist noch einer! Da oben! Da oben! Wow! Oh, shit! Shit! Ich bin ohne Deckung! Grenade! Nein! Nee, der ist ein Paladins! Oder? Ja! Ich muss um halb zwei... Ähm, ist in Deutschland auch alle Heiligen? Aber es war schon mal gut! Oh, mir fehlt nur noch... Einen letzten, dann bin ich Level 17. Ja! 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 Ja, ich schaute! Ich hatte keine Lust drauf, mal kurz... die Kraftler zu spüren! Ja, oder wollen wir ein paar... äh, Delfi zocken? Nee! Fabi! Was? Hallo! Ich spiel grad Minigames und... Ate zockt! Ich bin auf dem Server, also... Ate! Ja, oder in der Bumbe... Battlefield... Zocken? Nee, mitte. Ja, schade, dass du keinen Rainbow hast, aber ich hätte gerne... Ich würde jetzt gerne... ein bisschen Rainbow zocken? Spiel einfach! Direkt raus, oder? Direkt? Ja. Okay, ich spamm. Ich spamm jetzt. Okay, so. Wohin? Hi. Hallo? Hi. Okay. Nick, ich lass mich jetzt kurz kürlen, weil ich muss meinem Vater was sagen. Oder, ne, ich kenn mich jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt bei Preston Park, Nick. Weil ich mir gedacht hab, Mariska Park ist hier viel, oh shit. Was spielt ihr? Fortnite. Ich bin bei Preston Park, bei mir sind grad tausend Leute. Okay. Ich mach erstmal alleine in die Fortnite-Runde, ich bin so gut geworden. Ich hab vorhin drei Leute, ich hab vorhin drei Leute, ich hab vorhin vier Leute geklingelt. Auf einmal. Mit einer Waffe. Also na, ciao. Ciao. Mama? Shit. Bin tot. Ich stell jetzt meinem Papa was fragen, bin ich wieder da. Tot an der Unsterblichkeit. Multiple. Die fünf. Was wird gode, den Kaard comentarios zu verfahren. 密ixed мире anderen Sportablauf. Getät bist du, du oberst, du nien malOR. Dann belebt die das wieder. Dann belebt die das wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf Minecraft habe ich eigentlich gerade nicht so Bock.